Wenn wir zum Erntedankfest gehen, dann habt ihr so viel Früchte, so viele reife Früchte. Bestimmt noch nicht gesehen, bestimmt noch nicht gesehen. Gemüseobst und vieles mehr, das bringen wir heut alles her, damit sich jeder dann von Herzen freuen kann. Damit sich jeder dann von Herzen freuen kann. Wenn wir zum Erntedankfest gehen, dann habt ihr so viel Früchte, so viele reife Früchte. Bestimmt noch nicht gesehen, bestimmt noch nicht gesehen. Wir ziehen in einer langen Reise.